ja vielen 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 dank allen wir haben die 100 abonnenten marke geknackt und ich hoffe es bleibt jetzt auch so das heißt es geht nicht wieder runter ich gebe auf jeden fall alle mühe dass das so bleibt und formen vielen dank euch alle weil ich habe das nicht wirklich geschafft sondern ihr habt es geschafft ich finde es einfach richtig cool auch wenn es jetzt so nicht das hammer ding ist 100 abonnenten in knapp einem jahr aber das ist mir ehrlich gesagt wurst egal es war ein cooler abschluss von der geilen woche ich weiß nicht erzlich gemerkt oder ich habe es vielleicht schon gehört ich habe schon gesagt hat auch meinen ersten einsatz und jetzt in ferien und bla bla pipapo und auf jeden fall habe ich mir überlegt machen wir so einen kleinen live stream am sonntag das heißt am 26 5 das ganze wird hier auch fanden wir beginnen also genau hier wird das ganze dann beginnen und mal sehen wir werden viel spaß und auch mit facecam und alle möglichen und wenn wir hier genügend auswahl was wir hier alle spielen können wenn wir zusammen zocken im live stream ich hoffe ihr ladet eure freunde ein und wir werden dann gemeinsam viel spaß haben ich bin gespannt ob welche kommen und ich will auf jeden fall riesig freuen what the fuck ansonsten bleiben noch zu sagen ich wünsche ihnen eine schöne ferien woche oder falls ihr keine ferien habt es sind ja nur vier tage und ansonsten bleiben muss zu sagen vielen dank für die 100 abonnenten sorgt dafür dass es so bleibt dass es nicht wieder runter fällt das wäre ein bisschen blöd und ansonsten sehen wir uns dann sonntag 18 uhr auf twitch cubecon lp ja bis zum nächsten mal oder bis freitag